Hallo, ich bin der Julien, ich bin euer Athletiker und Personal Trainer in Hotel Kursch. Ich bin für euch da, damit wir eure Disbalance beheben, dass ihr athletischer Räder auf dem Tennis platzt und dass ihr verletzungsfrei bleibt. Ich habe eine eigene Firma, ich bin selbstständig, ich arbeite mit Spitzensporten zusammen. Meine Firma, wie ihr hier seht, Juki Health. Des Weiteren habe ich auch Tennis-Spieler, die ich betreue, die beim Kofi vielleicht fertig sind. Darüber hinaus arbeite ich auch mit anderen Spitzensportlern zusammen, mit Trainingsplänen, Trainingkoerziehungen etc., damit sie ihre Ziele erreichen. Ich zeige euch mal eine Übung, die ihr euch zuhause mal anschauen könnt und auch nachmachen, die ihr euch auch schon auf dem Tennisplatz zu helfen könnt. Das ist diese Übung, wir gehen in den Ausfallschritt. Ich zeige euch mal das Zeichen vor. Wir haben hinten 90 Grad, vorne 90 Grad, das Gesell spannen wir an. Dann nehmen wir die Hände hoch, der Rücken ist gerade, die Bauchmuskeln spannen wir an. Oberkörper gleich gleich nach vorne. Ganz wichtig, die sich damit nach vorne arbeiten, dann nehmen wir eine fast leere Bewegung am Tennis mit, in die Ganzkörperübung. Dann nehmen wir alle spannenden Bauchmuskeln, mit dem Schlaf rein. Und dann haben wir das Recht durch. Diese Übung brauchen wir, wenn man recht, am Bauchmuskeln, bei dieser Bewegung und Tennis-Schlag stabilisieren die ganzen Körper mit. Und baut schon sehr viel Stabilität auf. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor für die Belästungsprävention. Viel Spaß zuhause. Dann sind wir bei der Bedingung am Päuchmuskeln, bei der Bedingung am Päuchmuskeln. Vielen Dank.